hallo leute und ein herzliches willkommen zu meinem nächsten video leute wissen wir wieder auf mainz.net mit dabei ist der liebe luca genau leute wir spielen heute mal wieder ttt wir schon mehrmals jetzt gehört habe von mir aber egal ich würde sagen wir gehen jetzt über den runde rein so leute wir sind in der ersten runde drin ich werde heute bestimmt es versuchen heute ohne nicht genickt zu spielen oder was sagst du dazu lieber mit genickt ja ich will es heute mal versuchen wie es heute ohne genickt ist weil man hat ja gesehen die ganze zeit wenn ich genickt bin da geht das ja eigentlich aber ich bin echt gespannt ich will das wirklich mal herausfinden dass wirklich so geht setzt du die ganze zeit ja das habe ich mich ein bisschen abgelenkt ja erste runde schon wieder und sofort wieder ach so scheiße das darf ich nicht sagen aha ich gehe test da ich gehe test da das was du denkst weiter bin ich auf jeden fall nicht nein doch oder bin ich etwa doch wieder mit einem halb wieder mit einem ab ja das weiß mich ein blöd ich wollte auch ich wollte erst gerade sagen ich werde da bin aber das problem ist du bist damit dabei bist du ja sowas auf mich gehen das war ein bisschen blöd von mir ja wie gesagt ich muss mich dran gewöhnen hallo ist lecker da irgendwie ich komme dass die runde raus 6 7 6 7 hat die runde verlassen aber auch egal nein ich bin da drinnen was denn hier ist doch man kann mir nicht mehr nach join in der tat zeitüberschreitung alles klar leute wir sehen es gleich nach dem cut in der nächsten runde wir sind in der zweiten runde drin das war gerade wirklich irgendwie einen kleinen bug oder so also ein kleiner lag von mein so keine ahnung wurde einfach so gekickt für zeitüberschreitung es kann auch möglich sein dass da mein internet lag oder so weil mein internet ist heute noch nicht das beste und ja stellt mir mal jetzt läuft alles mein pc eigentlich heute auch gut 21er ping heute schreibt mal bitte rein ihr wieder mehr bett was haben wollt oder weiter in ddt haben weil das würde mich mal interessieren was bist du äh ich bin detektiv ich habe gerade einen traiter getauscht ich habe keinen bogen scheiße ich tauschen warte mal warte mal warte mal du bist doch der seite warum kannst du dann tauschen ich habe mich mit dem traiter getauscht okay bist du auch untergesprungen oder auch von leuchtturm oder was ja ich bin vom leuchtturm runter gesprungen okay 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 ich habe mich schon gewundert ich habe jetzt beide traiter getötet äh okay das kann doch nicht sein ich komme schon wieder nicht raus leute ihr seht es ich drücke den kopf was ist denn das ist denn das das aufnahme ist auch nicht das ist mir doch egal das sieht man dass eben heute nur fehler passieren kennst du schon den titel ja klar bei mir ist ganz so ein weil ich werde mich nachher beschweren in den support ich werde mich eindeutig beschweren ja du hast nur noch eine Stunde Zeit das Problem wenigstens hast du jetzt nen titel titel ne 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 weißt du was ja alles klar Zeitüberschreitung okay ich gebe den support es wird sich gleich jemand um dich kümmern 2.000 Jahre später 6,5 Stunden später zweiter Tag dritter Tag vierter Tag ein paar Sekunden später eine Ewigkeit später hallo wie kannst du dir helfen hi äh und zwar ich werde bei TTT nur noch gekickt also von ganzen Server sogar wenn ich jetzt raus möchte aus TTT werde ich für Zeitüberschreitung gekickt ok hey TTT genau TTT guck mal nach also normales TTT kein XXL TTT äh nein das ganz normale TTT glaubst du die ganze Zeit Zeitüberschreitung genau genau wenn ich also wenn die Runde beendet ähm ich möchte ganz normal rausgehen mit dem Kopf äh was man ja dann hat mhm und dann passiert gar nichts mehr also erst ein Standbild zweitens passiert gar nichts drittens werde ich gekickt für Zeitüberschreitung und das jetzt schon zweimal ok dann müsste es wahrscheinlich an dir liegen weil äh bei mir ist es nicht so deswegen müsste es wirklich an dir liegen ja und was könnte ich dagegen machen mhm weiß ich nicht ähm vielleicht liegt es an meinem Internetkamen vielleicht irgendwie dein Router neu starten oder so ich ich weiß es nicht also einfach mal gucken weil das müsste an dir liegen ja ok na ich hab schon gedacht dass wer mal wieder an Mainz dort liegt ne das müsste eigentlich nicht an Mainz dort liegen das müsste eigentlich nur an dir liegen ok ok hast du so was noch fragen eh ne da danke ich dir erstmal ok du wünsch mir noch einen schönen Abend jo ja das gleiche ciao unser Schatz unser Schatz unser Schatz alles klar und was hat der gesagt das liegt einfach an mir AHHHHH ich soll einfach mal mein Wilhelm Ruder so und alles neu starten oh mein Gott der ist ja immer richtig frisch hm ey Leute also ich verstehe es irgendwie nicht aber an mir liegen das ist eigentlich Blödsinn das an mir liegt weil grundsätzlich habe ich eigentlich gutes Internet hab mir da mein Ping auch gesehen ok also ähm ja äh aufnahme fehl des totes heute menschlich gesehen ziemlich abstoßen ich werde es trotzdem mal hochladen auch wenn das mir schon heute gefehlt ist trotzdem ihr habt ihr gesehen ich war in den Support ähm ich werde bestimmt den Supporter ähm bestimmt verzerren ne mal gucken ne und seinen Namen auch bestimmt ausblenden weil ich weiß nicht das darf weil man darf grundsätzlich auf dem Teamstreak nicht aufnehmen oh Wolf ist drin oder Wolf ja ja das ist Wolf oh scheiße hey so ähm ja sorry Leute ich bin mich jetzt gerade abgelenkt es tut mir auf jeden Fall wirklich leid was gerade passiert ist ich das jetzt nicht noch mal passiert ja ey Wolf scheiße wer die Eisengäste ey 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 du nein nein Reine Kill oder Traitor ich schlage aus Spaß den lieben Wolf ja und dann werde ich umgebracht oh mein Gott war das knapp nein nein der war oh Alter der wollte mich einfach töten ne und dann gebe ich den Kombo und der war einfach innocent ist auch egal okay Achtung komme ich raus Applaus jetzt geht ja klatsch ruhig mal okay dann würde ich sagen ich bin jetzt noch eine Runde Leute es tut mir wirklich leid das ist heute wirklich das Fehl des Todes also erstens ich werde heute die ganze Zeit gekickt zweitens ähm my thighs and then you blow up äh Leute beim nächsten Mal oder morgen ist wieder alles ein bisschen besser also hoffentlich und ja bist du noch da äh ja ich bin gerade gestorben ich gucke dir einfach noch zu ok ich bin Twitter ja ich wurde von einem Detektor gefüllt das ist Tim knox tastig unterstrich ist da das ist ähm der ist gestorben nein ich finde sowas sind abgelenkt irgendwie keine Ahnung ja ok total schlecht ach äh also du warst sogar ja ich war auch GG drüber ja genau ich komme schon wieder nicht raus mhm alles klar Applaus ok das heißt du wirst gleich wieder gekickt ne ne ja Zeitüberschreitung alles klar kapiere ich echt nicht ist einfach ein dickes wäre nicht GG Leute verstehe ich auch nicht ja Leute hoffentlich euch das Video gefallen wenn ja dann ist doch gerne ein Like da und äh es tut mir auf jeden Fall wirklich leid was heute los war ich denke mir morgen wird es nicht so sein das war einfach jetzt wirklich spätes Todes ähm hoffentlich hat es trotzdem gefallen und ja ähm ähm was jetzt noch mal morgens was hast du dazu blöd halt blöd halt ja das war ein bisschen wie schon gesagt Leute ich werde den Supporter ähm verzerren ne weil ich das nicht darf und ja wer Bock hat folgt mir gerne bei Twitter Instagram abonniert gerne mich auf YouTube dann tu noch mal eine Armee beitreten und jetzt bekomme ich schon wieder einen Anruf und ja äh willst du noch irgendwas sagen oder so zum Schluss äh nö machst du YouTube nö okay ja dann würde ich auf jeden Fall sagen habt es noch einen schönen Tag machts gut bleibt cool und so und es ne und und Baby, come look at you Every time you play for me